Ein Bauer in Kanada entdeckt eine Marktlücke und er öffnet auf seiner Farm eine Art Puff. Er stellt hinter seinem Haus eine Bretterwand auf und bohrt drei Löcher rein. Für ein paar kanadische Dollar kann jeder notgeile Farmer seinen Schniedel reinhängen. So weit, so gut. Am ersten Tag kommt der Bauer von der Nachbarrange und probiert das erste der drei Löcher aus. Nach zehn Minuten ist er total erledigt und meint, Hey, dein Teil ist spitze, das Geld geb ich dir gern, aber sag mir bitte, wer stand hinter dem Loch? Das war meine Frau. Ein paar Tage später kommt derselbige wieder und steckt seinen Schniedel in das zweite Loch. Nach einer Viertelstunde drückt er völlig entkräftet seine Kohle ab und fragt, Oh Mann, das war Obersahne, sag mir bitte, wer stand hinter dem Loch? Das war meine Tochter. Wieder ein paar Tage später probiert, wie kann es anders sein, unser Freier das dritte Loch. Nach einer Dreiviertelstunde Dauerorgasmus torkelt er zum Bauer hin. Oh, ach, ach, man sag mir bitte um Himmels Willen, wer war hinter der Wand? Das war meine Melkmaschine, die lässt nicht unter 20 Liter los. Ich w economists sie immer wieder auf, nach wegen bétern! Felder macht die Minderfläche zum Bauer hin. Das war meine Mach- auf, nach einem horrible-schampel befindet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017